Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Disciples Liberation. Wir gucken jetzt einfach mal nach den Untoten. Wir waren jetzt noch gar nicht bei den Untoten. Jetzt gehen wir einfach mal zu den Untoten. Mensch, diese armen Untoten wurden einfach hoffnungslos ignoriert. Da ist zumindest schon mal ein Fragezeichen. Der Entwerfer. Keine Ahnung. Die zerfallene Ruine in einem uralten Tempel steht inmitten der Ödnis von Verandor. Obwohl er es um das Gebäude von wiedererweckten Wimmel trifft, ein sterbliches Wesen über die Schwelle. Ich nehme an, dass sie in seinem heiligen Licht wandelt, Schwester. Wir suchen Antworten. Ja, ist dein Blut rein? Erspar mir das, Arcana. Wir suchen Antworten. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Ich sollte einen Priester namens Sebastian ermorden. Dieser Priester hat mich hierher geschickt. Ich wüsste nicht, wozu. Ich bin ein einfacher Diener des Hohen Vaters. Nichts weiter. Ich bin verwirrt. Genau wie ich. Der Arcana wirbelt herum. Sieht Sebastian hinter sich stehen. Zur Abwechslung haben wir mal den Gegner umzingelt. Entschuldigt die Verspätung. Meine alten Knie sind nicht mehr so beweglich wie früher. Wachen! Wiedererweckte! Schickt diese Unreine nach Hel! Aber verschont ihre Anführerin! Eckehaft. Neue Einheit. Sebastian. Wenn er auf seine Jugend als Zauberlehrling zurückblickt, der seine Leute unbedingt helfen wollte, muss Sebastian lächeln. Er hat immer noch vor, seinen Herzenswunsch nachzugehen und das Imperium zu einem Ruhm zu führen. Doch erst wird er den Schleier und alle, die sich der wahren Kirche entgegenstellen, niederstrecken. Ja, ich hab's mir fast gedacht, dass der alte Schinken... Boah, auf den hab ich ja gar keinen Bock, ne? Also... Ikidikidipfui. Was kann der denn überhaupt? Er schaffe für eine Runde eine Mauer aus heiligem Licht. Krass. Er schüttert wütend den Boden und fügt allen Einheiten. Krass. Entfesselt. Krass. Ist mir vollkommen egal. Ich will den nicht. Oh, Mann. Oh, okay. Statt Bagda. Auf den hab ich eigentlich gar keinen Bock. Ich muss gar nicht, worum es geht hier. Ich will aber jetzt hier nicht irgendwie für die... Oh, Mann. Ach, Mann. Ich bin doch einfach zu... zu nett für euch. Okay, da hält er denn da an. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Spür den Wiss der Schlange. Jetzt schütz ich ihn doch nicht auch noch. Geht auch genau das Gewitter rein, wa? Geht auch genau das Gewitter rein. Geht ja das Gewitter rein? Ne, oder? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob da das Gewitter reingeht. Aber werden wir es ja sehen. Nö, eigentlich nicht. Na denn. Mann, ich will jetzt eigentlich... Wir wollen doch nicht eben wohnen. Voll das Mobbing. Wollen wir mal gucken, was der jetzt für eine tolle Fähigkeit kann. Wer kommt denn hier schon wieder? Kotz mir näher. Steht ja auch von meinen, keiner mehr am Blitzen. Ne, nein. Ne, ist die Kotze, ne? Macht das... Ist echt eklig, das Geräusch. Das ist tatsächlich echt eklig. Oh, Mann. Jetzt hört mal auf, Alter. Ich kotze hier gleich. Ich kotze hier gleich im Dreieck. Wie war's das für ein Bereich? So ein... Also ein richtiger Bereich. Oh, guck mal. Er heilt sogar. Nein, jetzt nicht freuen. Naja, trotzdem cool. Ja, ich dachte, er heilt. Hä? Wie komme ich denn darauf, dass es heilt? Jetzt mal ernsthaft. Wie kam ich denn jetzt darauf? Das ist egal. Ist egal. Fragt mich nicht, wie ich jetzt darauf komme, dass... Führe mich zum Tod. Egal. Ey, lass den Knochen stuhen. Da hatten wir so eine Priesterin dabei. Okay, hier leuchtet echt ein bisschen zu viel. Geh, leg, Mann, Tanker. So, jetzt sehe ich absolut... Ja, nicht mehr, weil hier echt alles ein bisschen leuchtet. Geh, mich zu. Hier leuchtet alles so ein bisschen was. Äh. Da. Ich mach das schon, Abi. Stopp. Geblendet. Ey, ey, ey. Was ist denn mit da drin? Sterben? Danke. Ist ja sogar. Ah ja, stimmt. Der, der, der kommt ja wieder. Oder heilt sich, oder... Ich weiß nicht genau, was passiert. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ich weiß nicht so weit genau, was passiert, wenn der da wiederkommt. Es leuchtet eindeutig viel zu viel hier auf dem Feld. Es leuchtet eindeutig viel zu viel. Jetzt nicht mehr. Jetzt leuchtet es hier gar nicht mehr. Für das alte Imperium. Ja, ja, halt die Fresse. Mag dich nicht. Niemand mag dich. In seinem Namen weiter. Ich meine, relativ coole Attacke, aber... Ja. Relativ. Tschüss. Fällt da einfach auseinander. Der Nekromant, ne? Das ist ein totaler Nekromant. Der lässt mega einen Nekromanten raushängen. Ich lebe noch. Ist kein schönes Leben, aber ich lebe noch. Ein Schlag kriegst du noch, dann bist du sowieso tot. Irrelevant. Heiß. Feuer. Feuer. Hups. Naja. So. Darf ich da drin stehen bleiben? Ja, eigentlich ja schon, ne? Wobei... Ich gehe mal lieber raus. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da drin stehen bleiben dürfen, ehrlich gesagt. So mal ganz ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich den Untoten jetzt helfen. Warum tötigst du denn jetzt alle? Ich wollte doch gar nichts zu pälschen. Bleh. Dein Fleisch ist so zart. Sagen wir, leuchtet es hier auch echt ein bisschen zu viel. Also jetzt mal... Hui. Mach mal noch ein Leuchti. Mach mal noch ein Leuchti in eine andere Richtung, damit hier wirklich auch alles leuchtet. Allvater, zeig mir einen Weg. Hm. Zeige ich dir. Geh weg. Das ist der gute alte Geh-Weg-Weg. Gänse, Gänse, Gänse. Boah. Ich mag den nicht. Ich will lieber den Nekromanten da haben. Okay, wir haben so einen Nekromanten. Ja, ich gebe es dir zu, aber... Trotzdem. Feuerheiß, mir ist gerade aufgefallen. Boah. Da war bitter. So lang ist dein Ding nicht, ne? Ne. So lang ist er nicht. Ist dämlich, die Leuchte von diesen dämlichen Dingern, ne? Ist echt dämlich. Hier steht ja noch einer. Gut, dass ich den jetzt erst sehe. Für das alte Imperium. Hm. Für einen ganz komischen, nervigen Laserstrahl. Hey, y'all. Ich werde für dich beten. Haha, geblendet. So, dann haben wir das jetzt aber hier erledigt, worum es ja auch immer ging. Aber ich hatte ja auch eigentlich tatsächlich gar keine andere Wahl. Ich konnte weder auf Ja noch auf Nein drücken. Mit den Typen helfen oder sonst irgendwas. Wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten ja kämpfen. Na gut. Na gut. Der Entwerfer stolpert zurück und flieht in die sicheren vier Wände des geplünderten Tempels. Sebastian packt ihn und schleudert ihn wütend an die Wand. Ich ergebe mich. Bitte. Tut mir nicht weh. Ich ergebe mich. Er wird reden. Oder er wird sterben. Warum war ein Kopfgeld auf Sebastian ausgedeckt? Warum bist du inmitten der Untoten? Warum wurde ich entsandt, ihn zu töten? Der Schleier hätte jeden schicken können, um Sebastian zu töten. Aber die Wahl fiel auf mich. Ich weiß nicht, warum die oberste Herrscherin euch rufen sollte. Der Schleier ist mildtätig, wenn es nötig ist. Und sonst grausam. Das ist alles, was ich weiß. Unmöglich. Er lügt. Die Wiedererweckten sollten euch für euren Übertritt töten. Aber sie ließen euch am Leben. Mein Ziel ist es, den ultimativen Soldaten zu erschaffen. Im Austausch für den Zugang zu ihren Schriften füttere ich sie. Großzügig. Gut, Aviana. Aber er verbirgt etwas. Der Schleier greift auf Nekromantie zurück. Diese Heuchelei überrascht mich nicht. Wir greifen auf nichts zurück. Die oberste Herrscherin des Schleiers verlangt, dass wir den Willen des Hohen Vaters erfüllen. Und sein Wille ist, unsterbliches Fleisch zu erschaffen. Glücklicherweise bin ich ein Jünger, der solche Arbeit genießt. Der Entwerfer beißt die Zähne zusammen. Er zuckt zusammen. Was hat er getan? Als er lächelt, fließt ihm dicke Blutfäden zwischen den Zähnen das Kinn herunter. Er hat sich die Zunge abgebissen. Und jetzt erstickt er an ihr. Sebastian versucht, panisch Luft durch den Mund des Entwerfers zu zwängen, ihm irgendwie das Leben zu retten. Aber es reicht nicht aus. Der Arcane bricht zusammen. Diese Erde wurde von Nekromanten verhext. Er wird sich verwandeln. Und wenn er das tut, sind wir geliefert. Wenn das passiert, will ich unbedingt nicht hier sein. Er hat uns nicht viel geliefert. Die Geheimnisse waren wichtig genug, um dafür zu sterben. Der Tod bedeutet denen, die die vier Himmel wollen, wenig. Aber du hast mehr Licht auf die Dinge geworfen, als ich allein jemals vermocht hätte. Allerdings wirst du jetzt wahrscheinlich für den Tod dieses Mannes verantwortlich gemacht. Du bist offiziell ein Gesetzloser. Wie wir? Äh, naja, äh, wie ich jedenfalls. Ilian wird dir Asyl gewähren, wenn du das möchtest. Sebastian sollst glücklich und erleichtert. Ja, sehr gern sogar. Unter einer Bedingung. Du nimmst keine Aufträge mehr an, mich zu töten, während ich arbeite. Kann ich dir nicht versprechen. Ich hasse dich. Wenn du damit aufhörst, mich Kanalratte zu nennen. Oh, der gehört jetzt echt dazu? Oh. Plus 20 Imperiumspunkte. Oh. 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 Tu mir leid, dass du draußen warst. Boah. Äh. 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 Ah, nein. Uiuiuiui. Das sollten wir vielleicht eigentlich mal tun. Ehrlich gesagt. Was kriegen wir eigentlich davon? Okay, da hab ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, wir kriegen Eisen. Jede Menge Eisen. Okay, da hab ich jetzt definitiv grad gar keinen Bock drauf. Mann, scheiße. Ich will doch nicht. Äh. Hi. Die Untoten sehen euch, greifen aber nicht an. Sie schlürfen beiseite und lassen euch durch. Seltsam. Ich dachte, sie würden angreifen. Entweder hast du die Gunst meiner dunklen Königin erlangt, oder sie wissen, dass wir ihnen schon mal geholfen haben. Wir können passieren. Die Wiedererweckten starrn dich an und ziehen entweder Grimassen oder lächeln freundlich. What? Einmal bitte ja, danke. Davon brauche ich grad ganz viel. Ein Helm. Okay, den Helm gucke ich mir ganz kurz mal an. Weil er nämlich blau ist. Was, ein Helm? Intelligent. Ja, deswegen, deswegen, deswegen. 14, na, ich glaub, aber, ich glaub nicht, dass wir damit besser um können. Oh, kann ich nicht so um. Ach, diese Untoten immer. Nimm mit. Achso, kann ich, dann bin ich einfach nur gegen eine Wand geahnt. Schön. Okilidokili. Wir haben da oben eine Aufgabe, die nehm ich erstmal. Ein Vampir führt ein seltsames Ritual an der Leiche der Wiedererweckten durch. Oder genau gesagt, an den Leichen, die ihren letzten Tod erlebt haben. Sie flüstert einen süßen Abschied und ihre mana getränkten Worte lassen das Fleisch aufreißen und wie Sporen in die Luft aufsteigen. Der Staub legt sich über die Schlachtfelder im Norden. Ist er ein Segen? Ein Fluch? Einfach nur Dünger fürs Gras? Genau die Hilfe, die ich brauche. Du kommandierst also die Truppen unter dem Banner Ilians? Ich bin Shalea. Tochter. Mein Kind. Du bist es. Eher mal. Du siehst noch nicht komplett verrottet aus. Immerhin. Ohne ein Lächeln oder eine Umarmung oder andere elementare traditionellen Begrüßungen unter Sterblichen weißt du nicht, ob sie glücklich oder aggressiv sind. Entschuldige. Eher mal hat mich wieder erweckt. Ich freue mich, ihn zu sehen. Besonders hier. Also du und Eher mal. Aber du bist eine Vampirin. Oh, wirklich? Ich würde ja im Spiegel nachsehen, aber so ist das Leben. Oder der Tod. Shaleas Erweckung war komplizierter als gewöhnlich. Stärker als gewöhnlich. Ein Prachtexemplar in jeder Hinsicht. Shalea, richtig? Vizekönigin in Mortisrat der Sechs. Ich repräsentiere die tote und tötende Königin außerhalb ihres Gebiets. Meist in politischen Angelegenheiten. Manchmal in militärischen. Oder einfach, wann immer es mir gefällt. Dieses Ritual. Was war das? Das Tilsal. Es stammt aus einem Grimoire namens Tuchulkan, in das ich einen Blick erhaschen konnte. Wir nutzen die Toten, um die Felder zu segnen. Sicher dummer Aberglaube. Aber im Krieg hilft jedes bisschen. Hier gibt es eine Menge Tote. Also Tottote. Nicht Untote. Der Krieg läuft schlecht. Und die Schreckenskönigin zieht sich aus dieser Schlacht zurück. Weshalb, weiß ich nicht. Aber deswegen bin ich nicht hier. Du sagst, dass ich dir helfen kann. Ich vermute, deine Reise wird dich zu den Elfen hier in Verantoor führen. Wir sind schon am Lager des Stammes vorbeigekommen. Falls du zurückkehren willst, ich muss eine Fürstin finden. Sehr gern. Was hast du denn mit einer Elfenfürstin zu schaffen? Wie du siehst, war ich zu Lebzeiten selbst eine Elfin. Ich will meine Schwester finden. Ich glaube, sie ist unter den Fürstinnen, die sie hier anführen. Aber was ich jetzt bin, ich denke, die Elfen würden mich angreifen, sobald sie mich sehen. Das kriegen wir hin. Solange du dich nicht in unsere Mission einmischt, können wir dich auf deiner begleiten. Ausgezeichnet. Die dunkle Lady sei gepriesen. Oder welche Götter ihr Sterblichen auch anbetet. Burger King Schalea Schalea kann sich kaum an ihr Leben als Elfenprinzessin erinnern. Ob sie nun einen Wimpernschlag oder ein Jahrhundert lang durch die Dunkelheit schwebt, spielt keine Rolle. Als sie die Augen wieder aufschlug, erhoben von den Toten durch Aymar, stand ihr Herz weiter still. Sie wurde als perfekte Kriegerin geboren, um Vizekönigin im Geheimnis von Rat der Sechs zu werden. Oh, die sieht aber auch noch gut aus. Was? Darum geht's nicht. Oh doch, darum geht's. Darum geht's immer. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz lugern, was sie so kann. Hallo. Hallo Frau. Passiv, besser heimlich. Wenn sie ihren goldenen AP nicht verbraucht hat, Heimlichkeit, gewertschiedet, Heimlichkeit, Regeneration, Stärke und Beweglichkeit. Sie kann auch angreifen. Cool. Naja. Im Endeffekt mag ich mein Team. Hi Zombie. Ein freundlicher Fund inmitten der Schrecken des Wiedererweckten. Auf diesem Trank steht Nekros Gegenmittel. Das ist sowas wie ein Heilmittel gegen den Tod. Das ist nichts dergleichen. In welch einer Zeit wir leben. Den Soldaten des Imperiums zurück. Oh, soll ich wirklich? Ja, das machen wir nochmal schnell. Bevor wir uns jetzt einmischen. Muss ich nur zu dem Imperium hakeln. Bevor wir uns jetzt nochmal mit den Untoten einmischen, dann haben wir das auch. Ich mach mal zwar nur ein bisschen Free das Holz. Das ist ja nur so ein bisschen Freestyle, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Aber, jo. Freestyle ist halt auch mal Freer-Style, ne? Vielleicht finden wir ja sogar noch Charlene. Hi. Äh, äh. Also retten. Meine Schwester ist unter Ihnen. Sie darf hier nicht niedergemetzelt werden. Nicht von Ihnen. Scheiße. Ich würde gerne Ja sagen, aber ich kann nicht Ja sagen, weil ich doch gegen meine besten Dämonen-Buddies. Das ist nicht unser Kampf. Das sind Zivilisten-Avianer. Nein. Wir müssen Ihnen helfen. Äh. 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 Wir werden uns noch mit denen gutstellen. Wie könnte ich zu einer guten Prügelei Nein sagen? Also gut. Wir ziehen los. Wir werden uns noch mit demTR something. We können Sie noch mit dem, Äh. Wir versuchen. Wir brauchen wir in der Lage zu. Wefinden auch wo wir, die wir besteben.